So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Darkness. Wir machen direkt das nächste Level, Diglett Desert 2. Hier sind wir ja stehen geblieben im letzten Part. Und ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Auf jeden Fall ist hier der Hintergrund ziemlich abgenutzt, sag ich mal. Bisschen vorspulen. So. Wir haben auch nicht allzu viel Leben. Ach komm schon. Dann lasse ich mich halt umbringen, damit ich wieder volles Leben habe. Und kann dann so spielen. Ich merke jetzt erst, dass ich auch mit meinem Analogstick zocken kann. Aber ich zocke lieber mit Steuerkreuz. Also ich benutze ja einen Playstation 3 Controller. Und der Hintergrund verwirrt mich etwas. Aber es ist halt eine Wüste. Und es herrschen hier Unmengen an Grad. Oh, wie gemein war das denn? Wollte mich der Diktar trollen. Aber zum Glück kommt er nicht hoch, wenn ich draufstehe. Ja, genau. Ich hab's kommen sehen. Oh Gott. So. Ja, war klar, dass er dann wieder rauskommt. Ich hasse sie. Diktars, ey. Unnötige Viecher. Ups. Genau an den richtigen Stellen, ey. Da wusste der Hacker genau, wo man mich trollen kann. Ja. Ja. Flieg dich. Okay. Vielleicht kommt es aber noch ein Dickdreh. Passt auf. So. Münzen. Und weiter geht's. Okay. Wir sind aber immer noch in der Wüste. Und es scrollt schneller. Oh, Junge. So. Alles gut. Oh, komm schon. Immer dasselbe hier. Immer dieselben Sprünge. Bist Abwechslung wäre nicht schlecht. Muss auch mal kritisch sein hier. Die Idee von dem Spiel. Gut und schön, aber. Das Level Design. Nah. Nah. Ich glaube, ich habe zu viel MTH2 gespielt. Weil das Level Design ist da halt perfekt. Und so gut wie Mavosiden ist ja kein Mensch. Okay, das Ziel. Oh, jetzt kommt der Boss. Jetzt kommt Christian Lavados. An dem ich wieder einen ganzen Part haken kann. Egal, komm. Dann kommt der jetzt halt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Lavados kommt. Yeah. What the fuck? Das ist doch Professor eigentlich. Mew? No, 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 bla, 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 franzai, franzai. No? No, 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 no... Ich bin Orada im Amig suis venu me réfugiere... ...in der Imperminded. Après... ...l'article de mon Laboratoire. Ich hatte mal Französisch zwei Jahre, aber ich habe keinen Plan. Die zwei Jahre sind gar nicht mal so lange her. Die zwei Jahre sind 2011 und 2012 gewesen. Ich hatte eine Oberstufe Französisch zum ersten Mal und das war schrecklich. Mio situa eté révile mise à jour du Pokédex terminé. Okay, irgendwas mit Pokédex und Termin. Gut. Wieder. Wer ist denn ich? Jetzt muss ich irgendwo hin, war. Erstmal nach Viridian City. Oder Viridian City. Was denn hier? Hier fehlt mir der Leaf Stone. Hier war Speichern. Das ist auch nützlich. Kann ich welchen jetzt hier hin zum Schiff? Brauche ich auch den Leaf Stone? Also den Blattstein. Was ist denn hier drin? Abra Skycheck? Ah, er breitet mir Reise vor. Ich möchte nach Controler. Ach, das sind die Controler. Ach, das sind die... Ah, okay, ich verstehe. Das sind die, äh... Das ist die Steuerung. Die Karte. Le Monde. Der erzählt nur Scheiße. Okay, der hat nur Fragen beantwortet. No, merci, au revoir. Au revoir? Okay. Da ist da schon mal Fail hinzugehen. Was haben wir denn noch? Ja, schon brauche ich nicht. Ich könnte mich mal kurz heilen. So. Ja, wo muss ich denn sonst hin? Einfach mal hier reingehen, random. Ich kann ja vorspulen, das ist ja nicht schlimm. Äh, da war ich ja schon. Da war ich schon. Äh? Was will ich hier? Kann ich nicht gehen. Ähm, ich guck mal hier. Ist hier vielleicht was Neues gekommen? Ich glaube nicht. Zwei. Der Satz, der Satz, der Satz, der Satz, zwei. Und hier kann ich nicht hin. Bin ich irgendwie blöd gerade? Ähm. Bestimmt gibt es hier einfach einen anderen Weg. Da war ich ja drin, weil ich... Da komme ich nicht rein. Der Shop, ist da was Nützliches drin? Komm. Bom, Bom. Warte mal, kurz die Stopp-Steuerung angucken. Ähm, Config, Input. Was ist denn Select? Die hier. Das ist jetzt Select, okay. Jetzt drücke ich mal Select. Ach, das ist wie so ein Stern. Okay, mal zurückspulen. Und mir den nicht kaufen. Äh, das ist Leben. Ne, dann mache ich nichts. Dann ist alles gut. Gut, was war hier drin? Noch ein House of Saving. Alter. Da war Abra scheiße. Da komme ich nicht hin. Aber Leute, ich muss mal kurz pausieren und eben gucken, wo ich hier muss, damit das auch spannender weitergeht. Also bis gleich. So, zurück Leute. Also da wäre ich nie drauf gekommen, was er machen muss. Also, das ist... Ich bin so froh, dass ich eine Lösung gefunden habe. Es gibt da nämlich einen deutschen Let's Player, der schon mal gespielt hat und auch nicht genau wusste, was los war. Hat es dann erklärt. Man muss tatsächlich hier im Shop reingehen, muss sich für tausend dieses Teil hier kaufen, denn das soll nichts anderes als eine Feder sein, mit der man dann fliegen kann. Und dann... Also, wir müssen als nächstes den Blattstein finden. Und in der komischen Wüste kann es ja keinen Blattstein geben. Deswegen müssen wir zurück zum Forest. Hier. Aber das ist echt krank. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und müssen dann... Hier oben... Zu Temple of Mew gehen. So. Und jetzt müssen wir erstmal den Secret hier finden. Das ist doch das Schwere. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Professor Eich das Ganze gesagt hat. Dass man... Ja, geh mal... Komm dir so ein Ding, geh zum ersten Level und mach das. Ich kann zwar kein Französisch, aber ich glaube nicht, dass er das gesagt hat. Ach genau, da müssen wir jetzt fliegen. Ach nee, nicht fliegen. Ihr wisst schon. Den hier machen. So. Ich bin froh, dass ich auch alle eingesammelt habe. Alle Münzen, denn das ist echt schwer, tausend Stück zusammenzukriegen. Also lohnt es sich echt, die zu sammeln. So, jetzt kommt's. In diesem Abteil müssen wir... Nicht zum Ziel, sondern da hochfliegen. Also, wer kommt da rauf? Das scheint hier vielleicht auch hier zu stehen. Aber ich weiß nicht. Ähm. Auf jeden Fall... Für mich meine Fehler jetzt haben wir so einen komischen Schweif, mit dem wir fliegen können. Ich find's einfach nur krank. Und dann können wir dann hier hochfliegen und dann sind wir hier. So. Und jetzt macht das Ganze auch ein bisschen Sinn. Dass wir halt hier im Forest sind und... Im Forest ist es halt logischer, dass da ein Blattstein ist. So. Nach links. Ich kann sogar den hier machen. Den auch Mario kann. Da können wir hochfliegen. So. Die müssen nach rechts, deswegen geh ich mal nach links. Nein! Also, hier sind ein paar Mew-Skulpturen. Hier haben wir Münzen, die wir alle einsammeln auf jeden Fall. Man weiß ja nie, was wir sonst wieder kaufen müssen für 8000 Münzen. Dann haben wir hier ein paar Leben. Genau, das hab ich auch noch mitgekriegt. Dann haben wir hier ein Ziel. Aber wenn ich da jetzt reingehe... So. Passiert gar nichts. Wir sind einfach fertig. Ja, der Ausgang, das war's. Deswegen müssen wir hier auf dieser Straße laufen. Die Straße wird auch nur freigeschaltet, wenn wir jetzt Zapsos besiegt haben. Also nur, weil wir den Donnerstall eingesammelt haben. Deswegen können wir jetzt hier rüber laufen. Und... Sind dann auch gleich da. Hier. Und dann haben wir zum ersten Mal in der Geschichte von Pokémon Darkness einen grünen Pokéball. Der Secret Exit. Und das bringt uns... zu einem neuen Level, wo dann wahrscheinlich der Blattstein ist. Ja, ich werde den Part hier beenden. Und dann sehen wir uns im nächsten Part mit dem Blattstein wieder. Ciao. 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 Ciao.